Der Prolog von Orit vom 28. Dezember Gedenken Der gottgeweihte Hariton der Bekenner. Hariton war ein angesehener und frommer Einwohner der Stadt Iconion. Durchdrungen vom Heiligen Geist, der heiligen Tekla, die in derselben Stadt gewirkt hatte, bekannte Hariton offen den Namen Christi. Als seine heftige Christenverfolgung unter Kaiser Aurelien einsetzte, wurde Hariton zugleich vor das Gericht des Stadthalters gebracht. Der Stadthalter befahl ihm, die Götter anzubeten. Doch Hariton erwiderte, All deine Götter sind Dämonen und wurden aus dem Himmel in die unterste Hölle geworfen. Hariton verkündete sein Glauben an den einen lebendigen Gott, den Schöpfer aller, und an den Herrn Jesus, den Erlöser der Menschheit. Der Stadthalter befahl, ihn zu matern und zu schlagen, bis sein ganzer Körper wie eine einzige große Wunde war. Doch als Aurelien von seinen bösen Taten eingeholt wurde und eines schlimmen Todes starb, war Hariton von den Foltern und der Gefangenschaft befreit. Er machte sich auf den Weg nach Jerusalem und wurde unterwegs von Räubern gefangen genommen, doch er entkam ihn durch Gottes Vorsehung. Hariton wollte nicht wieder nach Rikonien zurückkehren und zog sich in die Wüste von Pfarrern zurück, wo er ein Kloster gründete und Mönche sammelte. Er setzte eine Regel für das Klosterfest und zog sich dann in eine andere Wüste bei Jericho zurück. Dort gründete ein weiteres Kloster, genannt das Kloster von Hariton. Schließlich gründete er ein drittes Kloster, Suka, das sie Griechen die alte Lavra nennen. Hariton entschlief in sehr hohem Alter und eine Wohnung in der Herrlichkeit seines Herrn am 28. September 350. Seine Reliquien ruhen in seinem ersten Kloster. Die Zusammenstellung des Ritus der Mönchs von Sur wird dem heiligen Hariton zugeschrieben. Der heilige Prophet Baruch war ein Schüler und treuer Freund des großen Propheten Jeremia. Er prophezeite die Rückkehr der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft, die Zerstörung Babylons und die Ankunft des Sohnes Gottes auf der Erde. Man meint, er sei wie der Prophet Jeremia von den Israeliten in Ägypten im 7. Jahrhundert v. Chr. getötet worden. Der heilige Märtyrer Mark der Schäfer Zur Zeit des Diokletian ging Magnus, der Magistrat von Antiochia, mit seinen Soldaten auf die Jagd. Als sie ein wildes Tier verfolgten, sahen die Soldaten, dass es zum Schäfer Mark floh, der dort seine Herde hütete. Das Tier schmiegte sich an Mark, ein Mann Gottes. Die 30 Soldaten, die das sahen, lauschten daraufhin auf die Erklärung des Glaubens durch den heiligen Mark und glaubten an Christos. Der Magistrat fesselte daraufhin Mark, nahm ihn mitten in die Stadt und befahl die drei Brüder Alexander, Alphius und Sosimas, die Schmiede waren, zu sich. Er befahl ihn, Folterwerkzeuge herzustellen, um Mark damit zu quälen. Alle drei bekannten nach einem Gespräch mit Mark den christlichen Glauben und missachteten die Anordnung des Magistraten. Dieser verurteilte sie zum Tod und befahl, ihn geschmolzenes Blei in den Mund zu gießen. Danach wurde der heilige Mark enthauptet und sein Haupt wurde zum Hohn im Tempel, der Atem ist aufgestellt. Infolgedessen wurde der Tempel durch die Kraft Gottes zerstört. Der heilige Märtyrer Vaklav Venselaus König der Tschechen Vaklav war der Enkel der heiligen Ludmilla. Als König wirkte er für den Glauben wie die großen Asketen und stärkte den orthodoxen Glauben unter seinem Volk. Er setzte strikt durch, dass kein Unschuldiger in den Gerichten leiden solle. In seinem Eifer für den christlichen Glauben und in seiner Liebe zu seinen Nächsten kauft der heilige Vaklav heidnische Kinder, die als Sklaven verkauft wurden, ließ sie sofort taufen und als Christen erziehen. Er übersetzte das Evangelium des heiligen Johannes in die tschechische Sprache und überführte die Reliquien des heiligen Vitus und der heiligen Ludmilla nach Prag. Sein Bruder Boleslav lud ihn gastfreundlich ein und tötete ihn dann an seinem Hof. Kurz danach holte Boleslav deutsche Priester und ließ sie die Gottesdienste in Latein zelebrieren. Der heilige Vaklav erlitt das Materium im Jahr 935 und seine Reliquien ruhen in Prag. Lobeshymne Der heilige Vaklav König der Tschechen Aus einer bösen Mutter ging gute Frucht hervor. Der heilige Vaklav der Gott gefiel. Seine böse Mutter gab ihm nur einen Körper doch seine Großmutter Licht und Glauben und Hoffnung. Die ruhmreiche Großmutter die fromme Ludmilla ernährte Vaklavs Seele. Wie eine weiße Lilie wuchs Vaklav auf und schmückte sich mit Unschuld. Als er König herrschte freute sich das Volk und mit ihrem König ehrten sie Gott. Doch der Feind der Menschen schläft niemals. Sündige Fallen legte er jeder Seele und er brachte Boleslav gegen Vaklav auf. Warum willst du meinen Kopf, mein Bruder? fragte Vaklav. Doch der Bruder enthauptete ihn. Der Übeltäter entkam Gott nicht. Die Seele des heiligen Vaklav trat vor den allerhöchsten Gott, den Gerechten. Den einen, den er stets verehrte. Und mit Ludmilla betet Vaklav nun für sein Volk, das gestärkt sein möge im Glauben. Der heilige Vaklav, schön wie ein Engel. Betrachtung Gott, der das Schicksal der Welt lenkt und besonders das seiner heiligen Kirche, benutzt oft überraschende Mittel und Veränderungen, um das böse Geschick seiner Knechte in ein gutes umzuwandeln. Dies kann man einige Male im Leben des heiligen Hariton sehen. Nach schlimmer Folter wurde Hariton ins Gefängnis geworfen und die Todesstrafe war über ihn verhängt. Doch plötzlich starb Kaiser Aurelian und unter dem neuen Kaiser wurden die christlichen Gefangenen freigelassen. Sohin kam Hariton dem Tod. Als er nach Jerusalem reiste, wurde er von Räubern ergriffen und in deren Höhle verschleppt. Sie ließen ihn dort und gingen auf Raubzug, wobei sie vorhatten, ihn nach ihrer Rückkehr zu töten. In der Höhle gab es ein Weinfass, in das sich eine Giftschlange verkrochen hatte. Die Schlange war durch den Wein, den sie getrunken hatte, berauscht und hatte ihn dann wieder mit ihrem Gift durchsetzt, in das Fass ausgespühen. Als sie Räuber zurückkehrten, waren sie von ihrer Reise und durch die Sängen der Hitze durstig, tranken den Wein und starben einer nach dem anderen. Und so wiederum wurde der heilige Hariton durch dieses ungewöhnliche Geschehnis vor dem Tode gerettet. Der Herr sendet seinen Knechten Widrigkeiten, um sie durch diese Widrigkeiten zu zügeln und wie Gold im Feuer zu läutern und sie enger an sich zu binden. Hariton rettete er vor dem Tod, denn dieser hatte noch einige Klöße zu gründen und durch seine Mühen viele Seelen auf den Weg der Rettung zu führen. Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie sich König Osia dem Bösen zuwendet. 2. Chronik 26 Wie er stolz wurde und verdorben, nachdem er mit Gottes Hilfe stark geworden war. Wie er das Gesetz brach, das Weihrauchfass nahm und in den Tempel ging, um dort trotz der Potresse der Priester einen Gottesdienst zu halten. Homilie Über Christi letztes Gebet für die Gläubigen 2. Teil Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Johannes 17 Vers 24 Hier ist der Lohn für Gottes Arbeiter. Hier ist die herrliche Belohnung für die Nachfolger Christi. Das, was der Sohn Gottes wünscht, wünschen auch der Vater und der Heilige Geist. Und das, was die Heilige Dreheit wünscht, wird geschehen. Was wünscht der Herr, der Sohn Gottes? Er will, dass seine Jünger zusammen mit ihm im himmlischen Königreich sind und nicht nur seine zwölf Jünger, sondern all jene spricht der Herr, die durch ihr Wort an mich glauben. Johannes 17 Vers 20 Zu ihnen gehören auch wir, die wir getauft sind und dem Glauben der Apostel empfangen haben und ihn bewahren. Doch nur unter der Bedingung, dass wir dieses großes Gut nicht durch unsere Missetaten zurückweisen, durch unsere Abwendung vom Glauben, unsere Unreinheit, durch die Sünde und durch unsere gotteslästerlichen Worte und Gedanken. Vater, ich will, spricht der Herr weiter, dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Möge daraus keiner den Schluss dienen, der Sohn sei geringer als der Vater. Denn davor sagte der Herr selbst zu seinem Vater, ich habe sie verherrlicht. Johannes 17, 4 Seht ihr, welche Art die Gleichheit ist, die vom Vater und vom Sohn geteilt wird, und die unendliche Wechselseitigkeit ihrer Liebe? Ich habe dich verherrlicht, nun verherrliche du mich. Dass die Herrlichkeit Christi nicht auf Erden in der Zeit beginnt, zeigt sich in den Worten Christi. Die Heiligkeit, die du mir gegeben hast, bevor die Welt war, dies ist daher nicht eine ödische Herrlichkeit innerhalb der Zeit, nicht eine weltliche und menschliche Herrlichkeit, sondern eine Herrlichkeit, die himmlisch, ewig, unvergänglich und unaussprechlich ist. Auf welche Weise genau möchte der Sohn, dass der Vater ihn verherrliche, auf eine Weise, in der diese himmlische und ewige Herrlichkeit all jenen gezeigt wird, die seinem Sohn gehorchen, ihm folgen und seine Gebote bewahren. Der Herr, der die Menschheit liebt, will, dass wir an seiner Herrlichkeit teilnehmen. Nicht nur die Apostel, sondern alle von uns, die durch seinen Namen berufen sind. O welche Gnade, O welche Menschenliebe, das Dogma unserer Unsterblichkeit, des ewigen Lebens und der ewigen Herrlichkeit stammt nicht von Menschen, meine Brüder, sondern vom Herrn und Erlöser selbst. O mögen keine leiblichen Sorgen, Drehkeit im Gebet und gegenseitiger Hass uns von dieser Herrlichkeit Christi, von diesem endlosen Leben trennen. O gütiger und erbarmungsreicher Herr, vergib uns unsere Sünden und gewähre uns dein ewiges Reich. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.